Was eine Turing-Maschine ist, das wissen Sie bereits, das hatte ich Ihnen in meinem letzten Video erklärt. Da hatten wir besprochen, wie wir von unseren endlichen Automaten und Kellerautomaten hinkommen zum Modell der Turing-Maschine. Und wir haben auch gesehen, dass diese Maschine, dieses Automatenmodell, letztlich gar nicht so unterschiedlich ist zu den anderen Automatenmodellen, die wir vorher schon gesehen haben. Insofern haben Sie sicherlich auch schon eine ganz gute Vorstellung davon, wie Turing-Maschinen rechnen, was sie genau tun, um eine Eingabe zu verarbeiten und was dann als Ergebnis dabei herauskommt. Aber so richtig im Detail hatten wir das natürlich noch nicht besprochen. Und gerade wenn ich behaupte, dass siehe Church-Turing-These, die Turing-Maschine eine Art universeller Rechner ist, also alles, was überhaupt berechnet werden kann, berechnen kann, dann sollte ich vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, wie das genau funktionieren soll. Denn nur mit Akzeptieren oder Verwerfen von Eingaben kann es ja wohl nicht möglich sein, alles zu berechnen, oder? Gut, es soll also in diesem Video gehen, um das Rechnen mit Turing-Maschinen von noch ein bisschen einer detaillierteren Perspektive aus, als bisher erläutert. Mein Name ist Markus Krütsch, willkommen zurück in dieser Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten, die Sie hoffentlich schon etwas länger mitverfolgt haben. Wenigstens das vorige Video sollte Sie sich anschauen, wenn Sie einen Einstieg wollen. Wie also arbeiten Turing-Maschinen? Sie erinnern sich, eine Turing-Maschine, das war letztlich wieder so ein Automat mit verschiedenen Bestimmungsstücken, Zustände, Eingabe-Alphabet, ein Band-Alphabet zum Schreiben. Eine Übergangsfunktion, das Wichtigste an so einem Automaten, ein Startzustand und eine Menge von Band-Zuständen. Und dies definiert für uns dann eine deterministische Turing-Maschine, deshalb die TM. Das Wichtige bei Turing-Maschinen ist jetzt, dass man sich zunächst einmal überlegen muss, wie eine bestimmte Situation aussieht, in der sich so eine Turing-Maschine befinden kann. Ich vermeide bewusst das Wort Zustand, denn natürlich ist so eine Turing-Maschine immer in einem Zustand, in ihrer endlichen Steuerung, genau wie ein endlicher Automat eben immer einen Zustand hat. Aber das ist natürlich bei einer Turing-Maschine noch nicht alles. Die genaue Situation, die Berechnungssituation, in der sich eine Turing-Maschine befindet, hängt ja noch von mehr ab. Sie hat ja einen Speicher, den sie beschreiben kann und natürlich auch einen Lese-Schreibkopf, den sie hin und her bewegen kann. Das heißt, wenn wir völlig erfassen wollen, wie eine Turing-Maschine gerade in dem Moment aussieht an der Berechnung, dann brauchen wir noch etwas mehr. Und das ist das, was hier als Konfiguration definiert wird. Also wir nennen diesen Gesamtzustand der Turing-Maschine während der Berechnung eine Konfiguration. Das Praktische ist jetzt, dass man die Konfiguration relativ kompakt und einfach darstellen kann, nämlich als ein einziges Wort, welches die Form hat W, Q, V. Und enthalten ist in der Sprache, die besteht aus beliebigen Wörtern über dem Bandalphabet, gefolgt von einem Zustandsymbol aus Q, gefolgt wieder von einem beliebigen Wort über dem Band. Die Idee dabei ist einfach, dass wir gleichzeitig den Speicherinhalt, die Position und den Zustand kodieren in diesem einen Wort, nämlich indem W den Bandinhalt vor dem Lese-Schreibkopf beschreibt, Q angibt, in welchem Zustand die Turing-Maschine gerade ist und V den Bandinhalt ab dem Lese-Schreibkopf beschreibt. Das heißt insbesondere, das erste Zeichen von V ist das Zeichen, das die Turing-Maschine gerade unter dem Lese-Schreibkopf sieht. So definieren wir das und damit können wir vollständig beschreiben, was wichtig ist zu diesem Moment der Berechnung, an jedem beliebigen Moment der Berechnung. Wenn wir das einmal verstanden haben, ist es nicht schwer zu beschreiben, was dann ein möglicher Übergang ist für so eine Turing-Maschine, also was sie in einem einzigen Schritt tun kann. Sie muss nämlich nur von einer Konfiguration in eine andere übergehen und dafür unterscheiden wir hier drei verschiedene Fälle. Das liegt einfach daran, dass wir zugelassen haben, dass die Turing-Maschine ihren Lese-Schreibkopf auf drei verschiedene Arten bewegen kann, nach links, nach rechts oder eben gar nicht. Und für diese drei Fälle habe ich hier unterschiedliche Regeln, wie da vorzugehen ist. Wir betrachten also eine bestimmte Konfiguration, die schreibe ich so. Also die Konfiguration verlangt, dass es mindestens ein Zeichen hier hinter dem Zustand Q gibt. Die Turing-Maschine muss immer irgendetwas lesen. Das ist hier in der allgemeinen Darstellung nicht wirklich drin gewesen, da hätte ich ein Plus schreiben sollen. Aber wird in den konkreten Übergängen immer so gewährleistet sein. Also wir betrachten diese Konfiguration und ich habe hier nur zusätzlich zum Zustand Q noch einmal das Zeichen A, was das erste ist, von diesem Restwort V hervorgehoben. Die Abstände hier sind natürlich nur für Sie, damit Sie ein bisschen besser die Teile dieser Konfiguration unterscheiden können. Da gibt es keine echten Der-Zeichen drin in diesem Wort. Okay, das ist also eine Konfiguration und wir wollen jetzt beschreiben, in welche Konfiguration die Turing-Maschine übergehen müsste, wenn sie sich in dieser befindet. Also was ist dann die nächste, die Folgekonfiguration. Und das wird beschrieben mit so einer Übergangsrelation, die ich wieder schreibe, wie ich das schon mal gemacht habe. Und jetzt kommt diese Fallunterscheidung, wenn es also, in jedem Fall kommt es darauf an, was die Turing-Maschine tut in ihrer Übergangsfunktion für den Zustand Q und das gelesene Zeichen A. Denn das ist eben das, was wir hier vorfinden. Q ist der aktuelle Zustand, A ist das, was wir hier lesen. Das sind die einzigen beiden Dinge, auf die es ankommt, wenn die Turing-Maschine entscheiden soll, was zu tun ist. Und diese Funktion oder partielle Funktion kann jetzt verschiedene Werte haben. Ein Wert ist immer ein Triple, der besteht aus drei Teilen und wir unterscheiden hier die Fälle nach der Bewegungsrichtung, die angegeben wird in diesem Triple. Der erste Fall ist die Richtung N, also gar nicht bewegen. Das ist recht einfach. In diesem Fall ersetzen wir einfach den Zustand Q durch den Folgezustand R. Das ist hier beschrieben. Und das Zeichen A unter dem Leseschreibkopf durch das Zeichen B. Auch das ist hier beschrieben und weiter passiert nichts. Die restlichen Teile des Bandes W und V bleiben einfach genauso, wie sie vorher waren. Zweite Möglichkeit, die Bewegungsrichtung lautet R, also rechts. Wir wollen uns nach hinten bewegen im Band. Da gibt es zwei wichtige Möglichkeiten, die wir unterscheiden müssen. Die erste Möglichkeit ist, dass hinter dem aktuellen gelesenen Zeichen A noch ein Zeichen folgt in V. Das heißt, das Wort V ist nicht leer. In diesem Fall können wir einfach die Reihenfolge des Zeichens und des Zustands vertauschen. Das heißt, wir ersetzen wieder Q durch R und wir ersetzen A durch B. Das sind die Übergänge oder die Veränderungen, die immer passieren bei so einem Übergang. Aber um die Bewegung jetzt zu markieren, wird die Position des Zustandes in diesem Wort um 1 nach rechts verschoben. Also das R steht jetzt hinter dem B anstatt davor. Und es ist aber sichergestellt, dass das V hier nicht leer ist. Das heißt, da kommen auch noch mehr Zeichen und das ist also noch ein Restband, was das gelesen werden kann. Falls dagegen das Wort V leer ist, was ja auch erlaubt wäre, dann fügen wir hinter dem R einfach noch ein Blank an. Das heißt, wir erzeugen das erste neue Zeichen in dem noch nicht betrachteten Teil des Bandes. Wir haben ja gesagt, wenn die Turing-Maschine versucht, nach rechts über den Bandinhalt hinaus zu gehen, dann wird einfach ein neues Zeichen adduziert und so kann man sich das vorstellen. Das heißt, hier kommt was Neues dazu. Dritte Möglichkeit, die können Sie sich jetzt auch leicht denken, wenn die Richtung L ist, dann wollen wir nach links. Auch da gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die eine, die erste ist die reguläre Möglichkeit, die wir meistens vielleicht erwarten würden, nämlich, dass wir nach links gehen können, dass tatsächlich links von uns noch mehr als 0 Zeichen stehen. Also es gibt da irgendwie einen Bandeinhalt und den können wir darstellen, indem wir sagen, das Wort W ist also von der Form W' gefolgt von einem Symbol C. Wenn das der Fall ist, dann ändert sich die Konfiguration, die wir haben, einfach in eine neue Konfiguration, bei der W' links steht. Dann kommt gleich der Zustand R. Dann kommt dieses C, was wir einfach von links nach rechts verschoben haben, um den Lese-Schreibkopf hier nach links zu bringen. Und dann kommt das B, das haben wir verändert, bevor wir irgendetwas verschieben. Und natürlich ist auch R verändert worden von Q während dieses Übergangs. Und V bleibt einfach so, wie V war. Nur, dass dieser linke Teil jetzt insgesamt größer geworden ist, weil das C rüberwandert. Okay. Falls wir schon am linken Rand sind, auch da müssen wir irgendwas unternehmen. Ich hatte gesagt, in diesem Fall gehen wir davon aus, die Turing-Maschine stößt einfach an, sie kann sich nicht bewegen, die Bewegung wird nicht ausgeführt. Und das stelle ich so dar, dass ich einfach den Zustand ändere, das Zeichen ändere und V belasse, aber weiterhin W gleich Epsilon, also nichts, hier stehen habe. Ich könnte das W auch wieder hinschreiben, das wäre nur vielleicht nicht so klar. Also W ist leer und insofern an beiden Stellen redundant. Okay. So möchte ich also die Übergänge definieren. Und das ist sozusagen die ganz mathematisch präzise Art und Weise, wie man das Verhalten beschreiben kann, das ich beim letzten Mal schon so grob skizziert hatte. Jetzt wissen Sie, wie genau ich das gemeint habe. Okay. Was hier noch auf der Folie steht, ist, dass wir wie immer mit dem angehängten Sternchen den reflexiven, transitiven Abschluss dieser Relation bezeichnen. Das sehen Sie hier ganz unten. Das ist das Gleiche, was wir auch schon vorher bei anderen Automatenmodellen gemacht haben, weil wir natürlich in der Regel nicht nur daran interessiert sind, einen Schritt durchzuführen in dieser Übergangsrelation, sondern beliebig viele Schritte. Und wir fragen dann, wo kommt man da eigentlich hin, wenn man viele Schritte ausführt? Und dafür brauchen wir die Relation mit dem Sternchen. Okay. Jetzt lassen Sie uns gleich mal ein Beispiel machen. Wir hatten ja beim letzten Mal schon diese Maschine hier als Beispielalgorithmus, als Beispiel-Turing-Maschine betrachtet. Ich hatte Ihnen erklärt, was die der Reihe nach macht. Und wir können jetzt mal schauen, wie genau die eine Eingabe abarbeitet, die zum Beispiel aus 4,0 besteht. 4 ist eine Zweierpotenz, sollte also akzeptiert werden von dieser Turing-Maschine. Wie kann ich das jetzt aufschreiben? Ich habe zunächst die Startkonfiguration. Der Lese-Schreibkopf steht ganz am Anfang des Bandes. Es ist nichts links davon. Epsilon, das Wort W wäre leer. Q0 ist mein Startzustand. Hier ist er angegeben als solcher. Und danach folgt die Eingabe mit 4,0. Und danach schreibe ich nichts mehr. Das leere Band muss ich nicht angeben. Okay, was passiert jetzt? Erster Übergang. 0 wird durch die markierte 0 ersetzt und ich bewege mich nach rechts. Das ist einfach dieser Schritt. Und ich bin jetzt in Q1. In Q1 sehe ich die 0, ersetze sie durch x, bewege mich weiter nach rechts. Das heißt, dieser Übergang passiert. In Q2 wird die 0 ebenfalls gelesen, aber nicht ersetzt, sondern durch 0 wiedergeschrieben, also beibehalten. Und wir bewegen uns weiter nach rechts. Das heißt, jetzt behalte ich eine 0. Und Sie sehen, ich habe ja schon eine markierte 0 und eine normale 0 und ein x. Das nächste von Q3 aus wird wieder das x sein, was wir schreiben. Und jetzt landen wir, wenn wir dieses letzte Zeichen gelesen haben, natürlich am Ende des Wortes. Und da hatte ich gerade schon erklärt, dass man da jetzt ein neues Zeichen einfügt, damit wenigstens unter dem Leseschreibkopf etwas ist, was man lesen kann. Das wäre sonst problematisch für die Definition des Übergangs, beziehungsweise würde noch mehr Sonderfälle verlangen in meiner Definition auf der Folie, die ich gerade gezeigt habe. So, jetzt sehen wir also in Q2 Blank. Das ist eine gute Sache, denn da gibt es einen Übergang. In diesem Fall lesen wir das Blank, schreiben das gleiche Blank wieder und bewegen uns nach links. Das heißt, jetzt stehen wir vorm x. Und in Q4 wird x zu x und 0 zu 0. Und jedes Mal gehen wir einfach nach links. Das heißt, wir überspringen jetzt die 0 und das x und wandern wieder Schritt für Schritt ganz nach vorne, bis wir mit Q4 vor der markierten 0 stehen und die können wir wieder einlesen und nach rechts gehen. Dort landen wir jetzt in Q1, sehen ein x. Das heißt, wir bleiben in Q1. Das ist noch keine 0. Wir wollen ja die Zahl der Nullen bestimmen, die Gradzahligkeit oder Ungradzahligkeit und dabei die Hälfte der Nullen ausstreichen. Und x ist dabei egal, das überspringen wir. Q1 ist wieder der Zustand. Jetzt sehen wir hier eine 0, da schreiben wir wieder ein x. Und jetzt sehen wir in Q2 wieder ein x, da gehen wir wieder drüber. Jetzt haben wir wieder das Ende des Wortes erreicht und jetzt passiert von Q2 aus das Gleiche wie zuvor. Wir bewegen uns wieder zurück, indem wir nach links navigieren über alle x und über alle Nullen, die es jetzt nicht mehr gibt, hinweg. Und wenn wir das geschafft haben, werden wir irgendwann die markierte 0 sehen und zu Q1 gehen, wie wir das gerade eben schon gemacht haben. So, und jetzt befinden wir uns in Q1. Alles ist markiert. Überall steht x. Das heißt, wir werden jetzt diese Schlaufe einige Male durchlaufen und dabei nicht den Zustand wechseln. Nur der Lese-Schreibkopf verschiebt sich und gelangen auf die Art letztlich ans Ende des Wortes im Zustand Q1. Und an dieser Stelle sehen wir das Symbol Blank und das behalten wir einfach bei und es gibt keine Bewegung. Und wir gehen nach Q5 und damit endet die Berechnung. In Q5 gibt es keine Übergänge mehr, die Turing-Maschine hält. Und wir können jetzt überlegen, ob die Eingabe akzeptiert wurde oder nicht. Und da sehen wir natürlich, Q5 ist ein Endzustand, also ist das eine erfolgreiche Akzeptanz hier gewesen. Also die Eingabe wird wie erwartet für diese Maschine akzeptiert. Okay, gut. Also so funktioniert das und das folgt jetzt wirklich alles im Detail aus dem, was ich gerade erklärt habe. Aber es ist hoffentlich auch das, was Sie erwartet hätten für diese Maschine. Okay, jetzt wollen wir mal weitergehen. Wir wissen also jetzt, wie ein einzelner Schritt in der Übergangsrelation funktioniert. Und wir haben die auch gerade schon zusammengefügt zu einer Kette von Schritten. Und das nennt man einen Lauf. Und darüber möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Ein Eingabewort ist am Anfang immer gegeben. Das habe ich hier W genannt. Und für so ein Eingabewort beginnen wir den Lauf der Turing-Maschine immer mit der Startkonfiguration. Die Startkonfiguration ist eben die, die wir auch gerade eben hatten. Startzustand gefolgt von der Eingabe. Auf dem Leer, auf dem Band. Und der Kopf steht ganz am Anfang. Ein Lauf ist dann eine maximale Folge von Konfigurationen, die man durch die Übergangsrelation erzeugen kann. Maximal heißt, wir versuchen so lange Übergänge durchzuführen wie nur möglich. Wir werden nicht einfach aufhören, weil wir zum Beispiel den Endzustand erreicht haben, sondern wenn es noch Dinge zu tun gibt, werden wir den Endzustand unter Umständen auch wieder verlassen. Wenn das in diesem konkreten Turing-Maschinen-Modell so möglich ist, in dem wir uns gerade bewegen. Das heißt, wir führen Übergänge durch so lang wie nur möglich. Das kann irgendwann zum Ende gelangen, so wie wir es gerade gesehen haben. Da hatten wir das Wort dann vollständig verarbeitet und es gab keine weiteren Übergänge aus dem Zustand Q5 heraus. Dann endet der Lauf. Es kann auch sein, es gäbe Übergänge, aber sie passen nicht zu dem aktuell gelesenen Zeichen. Dann stoppt die Turing-Maschine auch. Das heißt, das ist der Fall einer endlichen Berechnung. Es kann aber auch passieren, wie man das auch bei anderen Computern natürlich und anderen Algorithmen kennt, dass das Programm gar nicht anhält, sondern ewig weiterläuft. In dem Fall würde diese Definition zu einem unendlichen Lauf führen, also zu einer unendlichen Folge von Konfigurationen, wobei wir immer neue Konfigurationen erreichen. Es kann sein, wir laufen in Schleifen, wir kommen immer an den gleichen Konfigurationen vorbei. Es kann auch sein, wir erzeugen ständig neue Konfigurationen in interessanten und vielleicht völlig unregelmäßigen Arten. Das wissen wir vorher nicht, aber es hält jedenfalls nicht an. Akzeptieren kann die Turing-Maschine aber natürlich nur dann, wenn sie irgendwann anhält. Das heißt, wenn sie irgendwann zu einem Ergebnis kommt und wenn dann dieses Ergebnis auch noch positiv ist. Also das heißt, wenn sie einen Endzustand erreicht hat. Das ist hier definiert. Eine Turing-Maschine akzeptiert die Eingabe, wenn der eindeutig bestimmte Lauf, der mit Q0W beginnt, also mit der Startkonfiguration, endlich ist und seine letzte Konfiguration einen Endzustand beinhaltet. Also die Konfiguration hat natürlich immer nur einen Zustand, aber ich sage hier beinhaltet, weil der Zustand an einer beliebigen Stelle auftauchen kann. Also wir fordern nicht, dass die Turing-Maschine an den Anfang des Wortes läuft zum Beispiel. Am Ende, das ist egal. Andernfalls verwirft die Turing-Maschine die Eingabe. Also dann sprechen wir von verwerfen. Okay, gut. Das ist also im Prinzip genau das, was wir gerade auch im Beispiel gesehen haben. Nochmal explizit aufgeschrieben. Okay, das sind Läufe. Und damit kann man jetzt sehr einfach und in der offensichtlichen Art und Weise die Sprache einer Turing-Maschine definieren. Die Sprache, die eine Turing-Maschine erkennt, ist nämlich einfach nur die Menge aller Wörter, die von einer Turing-Maschine akzeptiert werden. Also für die es einen endlichen Lauf gibt, der zu einem Endzustand führt. Und na gut, das alles ist deterministisch. Das heißt, es gibt überhaupt für jede Eingabe nur einen einzigen Lauf. Und entweder ist das so einer, der zu einem Endzustand führt oder eben nicht. Okay, diese Sprache nennen wir wieder L von M, so wie wir das auch bei anderen Automaten schon immer gemacht haben. Okay, das ist die relativ einfache Definition. Soweit keine Überraschungen. Trotzdem sollten wir ein bisschen Acht geben, dass wir die richtig verstanden haben. Denn es gibt hier ein paar Besonderheiten verglichen mit anderen Automaten, die wir bisher gesehen haben. Und insbesondere ist das die Besonderheit, dass die Turing-Maschine auch endlos laufen kann. Also das heißt, es gibt hier zwei unterschiedliche Gründe für die Nicht-Akzeptanz von Wörtern. Die eine ist die, die wir auch bei endlichen Automaten schon gesehen haben, dass die Turing-Maschine nicht in einem Endzustand anhält. Also das heißt, das Wort ist zu Ende verarbeitet, aber es ist kein Endzustand erreicht. Die zweite Möglichkeit ist, die Turing-Maschine hält nicht. Es gibt eine Endlosschleife. Das ist ein besonders wichtiges und teilweise auch problematisches Verhalten in Turing-Maschinen, das sie unter Umständen nicht halten. Sie können sich sowas natürlich auch bei Kellerautomaten vorstellen. Da haben wir ja Epsilon-Übergänge und es ist im Prinzip möglich, immer weiter Änderungen auf dem Stack zum Beispiel vorzunehmen, ohne dass man im Wort vorankommt, ohne dass man etwas liest. Aber falls ein Kellerautomat sich so verhält, ist es relativ leicht, das zu erkennen. Also diese Art von Feststecken ist dort zwar denkbar, aber lässt sich systematisch ausschließen. Solche Kellerautomaten sind nicht von Belang. Für Turing-Maschinen ist das anders. Da ist das nicht anhaltend ein wichtiger Bestandteil ihres Verhaltens. Es gibt viele interessante Turing-Maschinen, die das zumindest in manchen Fällen tun und wo man das auch nicht vermeiden kann. Und deshalb sind wirklich diese beiden Fälle in der Praxis von Bedeutung. Es ist aber natürlich praktisch, und das ist der letzte Teil auf dieser Folie, wenn man für eine Turing-Maschine garantieren kann, dass sie hält. Das heißt, dass sie garantiert in jedem Fall, auch wenn die Eingabe verworfen wird, zumindest nach endlich vielen Schritten eine Antwort liefert. Und eine solche Turing-Maschine nennen wir einen Entscheider. Das ist einfach nur eine Turing-Maschine, die bei jeder Eingabe hält. Und wenn es so einen Entscheider gibt für eine Sprache, dann sagen wir, dass dieser Entscheider die Sprache nicht nur erkennt, sondern wir sagen, dass er die Sprache entscheidet. Und für viele praktische Sprachen gibt es Entscheider und man kann sich so eine Turing-Maschine konstruieren, die dieses angenehme Verhalten aufweist. Aber es ist eben nicht immer so, dass wir damit auskommen. Deshalb ist es ein besonderer Fall, wie wir noch genauer sehen werden. Zurück zu unserem Beispiel. Diese Turing-Maschine ist natürlich ein Entscheider. Wir sehen, dass es hier zwar Schleifen gibt, aber man kann relativ leicht eine Begründung dafür finden, warum diese Turing-Maschine nach endlich vielen Schritten zum Schluss kommen muss. Zum Beispiel, wenn man beobachtet, dass in jeder Schleife, die es hier gibt, in jedem Kreis, den man durchlaufen könnte, man so eine Bewegung hier durchführt und dass dabei natürlich immer weniger echte Nullen, also nicht markierte Nullen, auf dem Band erscheinen. Also jedes Mal, wenn ich diesen Kreislauf einmal durchlaufe oder diesen Kreislauf einmal durchlaufe, muss ich mindestens eine Null durch ein X ersetzen und es gibt keinen Übergang, der die Anzahl der Nullen wieder erhöht. Das heißt, je länger diese Maschine läuft, desto weniger Nullen sind auf dem Band und irgendwann gehen mir die Nullen aus. Ich kann nicht weiter in Kreisen laufen und dann habe ich entweder keinen Übergang mehr zur Verfügung, wenn ich in einer Sackgasse ende, oder ich habe vielleicht keinen Übergang mehr zur Verfügung und bin im Endzustand. Auch das ist natürlich ein Fall, in dem die Turing-Maschine stoppt. Okay, also das ist ein Entscheider und ich hatte schon argumentiert, dass die Turing-Maschine das Richtige tut und dass die Sprache, also die Gewünschte ist, nämlich die Sprache der Ketten von Nullen, die die Länge einer Zweierpotenz haben. Okay, gut, soweit so klar, denke ich. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, gut, schöne Sache mit den Turing-Maschinen und was man mit denen vielleicht alles machen kann, aber so eine Turing-Maschine zu erstellen, wie die zum Beispiel in dem Beispiel gerade oder sagen wir mal für ein noch viel schwierigeres Problem, scheint doch sehr aufwendig. Wir müssen den Lese-Schreibkopf immer in einer Schritte bewegen und müssen, wenn wir verschiedene Speicherbereiche zugreifen wollen, müssen wir mühselig zwischen ihnen hin und her navigieren, bevor wir irgendwas ändern können. Dabei sollten wir nicht vergessen, was wir eigentlich gerade tun wollten im Programmablauf. Also wer so eine Maschine programmieren möchte oder Algorithmen in dieser Programmiersprache der Turing-Maschine angeben möchte, der wird es doch sehr schwer haben. Und das stimmt tatsächlich. Also die Turing-Maschine ist bewusst ein einfaches Modell. Das ist nicht dafür gedacht, dass wir darin Software schreiben sollen. Es ist dafür gedacht, dass wir Software an sich leicht analysieren können. Das heißt, wir begnügen uns normalerweise damit, für andere Rechenverfahren und höhere Programmiersprachen festzustellen, dass man die in Turing-Maschinen ausdrücken könnte. Und dann nehmen wir das so hin und benutzen die Turing-Maschine nur, um allgemeine Dinge über Berechnung und über den Aufwand, den zum Beispiel die Berechnung verursacht, zu erkennen und zu analysieren. Also Turing-Maschinen lassen sich sehr gut analysieren, aber es ist nichts, was wir tatsächlich als Software erstellen wollen. Trotzdem ist es oft wichtig zu argumentieren, dass man im Prinzip ein Problem mit einer Turing-Maschine lösen könnte. Und da helfen wir uns meist mit einer skizzenhaften Beschreibung der Arbeitsweise. Das heißt, wir geben nicht alle Details an und das Modell ist auch zum Glück robust genug, dass es nicht allzu schlimm ist, wenn die Details nicht völlig explizit dargestellt sind. Es gibt vielleicht verschiedene Arten, wie man bestimmte Sachen realisieren könnte, aber es macht am Endergebnis keinen Unterschied. Deshalb ist es auch in den meisten Fällen vertretbar, dass man da ein bisschen gröber vorgeht. Wie könnte das zum Beispiel aussehen? Es gibt natürlich, wenn die Turing-Maschine wirklich so universell ist, wie ich behaupte, auch eine Turing-Maschine, die die Sprache A hoch I, B hoch I, C hoch I erkennen kann. Und die könnte zum Beispiel wie folgt arbeiten. Erster Schritt. Ich ersetze, angefangen von links, alle Vorkommen von A durch ein markiertes A. Das ist im Prinzip eine große äußere Schleife, die ich hier durchführe. Innerhalb dieser Schleife, jedes Mal, wenn ich ein A ersetzt habe, suche ich, gehe ich in einen anderen Zustand über und suche mir im Wort ein B, das ich durch ein markiertes B ersetze. Und weiterhin ein C, das ich durch ein markiertes C ersetze. Wenn ich das geschafft habe, können Sie sich sicherlich vorstellen, dass man das mit Zuständen hinbekommt, dann gehe ich zurück zum ersten, noch nicht ersetzten A. Auch das lässt sich schaffen. Also wenn ich zurückgehe und das erste Mal ein markiertes A sehe, dann weiß ich, ich bin einen Schritt zu weit gegangen, dann kann ich wieder zurück zum ersten, noch nicht ersetzten. Und dann mache ich weiter mit der Schleife in Schritt 1. Das werde ich so lange wiederholen, bis alle A in dem Wort ersetzt worden sind, das heißt, bis ich das erste Nicht-A antreffe bei dieser schleifenhaften Ausführung. Nachdem ich das fertig habe, falls A hoch I, B hoch I, C hoch I die Form des Wortes war, dann sollte mein Wort jetzt die Form haben, markiertes A hoch I, markiertes B hoch I, markiertes C hoch I. Und ich muss mich nicht mehr darum sorgen, dass das I überall das gleiche ist, also dass die Anzahl der markierten A's, B's und C's übereinstimmt, denn das hat schon meine Schleife hier getan. Ich habe ja für jedes A ein B ersetzt und ein C ersetzt. Das heißt, alles, was ich noch prüfen muss, ist, dass das, was auf dem Band steht, die Form hat, die hier angegeben ist, also eine Folge von markierten A's, danach eine Folge von markierten B's, danach eine Folge von markierten C's. Diese Form kann ich prüfen mit einem endlichen Automaten. Das ist eine reguläre Sprache, da brauchen Sie überhaupt nichts schreiben. Da reicht es, wenn Sie von links nach rechts das Band lesen, um das festzustellen. Falls das nicht gelingt, oder falls in diesem mittleren inneren Schritt, wenn ich B's und C's ersetze, ich nicht genügend B's und C's finde, dann lehnen wir die Eingabe ab. Also das ist so eine grobe Skizze, die ist nicht sehr präzise, das ist nicht mal Pseudocode, aber trotzdem denke ich schon mit dem bisschen, was Sie von Turing-Maschinen gesehen haben, können Sie einschätzen, dass das tatsächlich funktioniert. Oder dass man so eine Turing-Maschine sich herstellen könnte, aber die Details würden wenig Einsichten bringen. Wahrscheinlich wäre das Zustandsdiagramm auch eher schwieriger zu verstehen als diese skizzierte Variante. Also das wird die Art sein, wie wir mit Turing-Maschinen oft umgehen, wenn wir nicht explizit danach fragen, dass eine wirklich konkrete Turing-Maschine irgendwo angegeben wird. Dann reicht uns in der Regel so eine Skizze. Okay, ich hatte versprochen, dass ich auch etwas Allgemeines über Berechnung sagen will. Bisher haben wir ja eigentlich mit diesen Läufen und mit der Sprache einer Turing-Maschine sie nur als eine Art Automat zur Worterkennung definiert. Die Eingabe wird am Anfang auf das Band gegeben. Die Turing-Maschine kann anhalten und akzeptieren, anhalten und ablehnen oder eben einfach mal nicht anhalten. In Fall A wird das Wort akzeptiert, in Fall B und C nicht. In welchem Sinne ist das nun aber ein allgemeines Rechenmodell? Also nur eine Sprache zu erkennen, das scheint erstmal viel schwächer zu sein als das, was wir von einem Computer normalerweise erwarten. Und das stimmt, aber es ist tatsächlich nicht sehr weit weg, davon hier beliebige Dinge ausrechnen zu können. Beliebige Funktionen, beliebige Umwandlungen von Eingaben in Ausgaben berechnen zu können. Zum einen Mal ist das, was wir natürlich hier haben, die Worterkennung an sich schon eine Funktion. Und zwar in gewisser Weise eine bursche Funktion. Das heißt, wenn wir so eine Situation hier haben, dann ist die Eingabe ein beliebiges Wort und die Ausgabe ist ein Wahrheitswert. Wahr oder falsch. Je nachdem, ob akzeptiert wird oder nicht akzeptiert wird. Das heißt, wir können so eine Turing-Maschine schon verstehen als ein Verfahren, mit dem man bursche Funktionen berechnen oder beschreiben kann. Also der Fall C hat natürlich immer das Problem, dass wir das Ergebnis nicht nach endlicher Zeit erfahren. Die Turing-Maschine läuft und läuft und läuft. Dann ist zwar mathematisch klar definiert, was herauskommen sollte. Aber für den Anwender, der vor der Kiste sitzt und wartet, dass ein Ergebnis ausgegeben wird, ist es trotzdem nicht sehr eindeutig. Aber so ein Algorithmus kann also eine bursche Funktion beschreiben von beliebigen Wörtern. Auch das ist nichts Spezielles. Wörter sind alles, was sie in Computern verarbeiten, zumindest mal in digitalen Computern. Also das, was ihr Rechner die meiste Zeit über verarbeitet, sind natürlich Wörter aus den Zeichen 0 und 1 oder aus Bytes oder wie auch immer sie das definieren wollen. Aber es sind sicherlich Ketten aus Symbolen. Und das heißt, wir können aus beliebigen Eingaben einen Wahrheitswert ausrechnen. Diese Art von Berechnung nennt man ein Entscheidungsproblem. Also Entscheidungsprobleme in der Informatik sind alle Probleme, bei denen man letztlich eine Ja-Nein-Frage stellt. Also Funktionen, die einen Wahrheitswert zurückliefern. Das sind Arten von Entscheidungsproblemen. Und man kann sich jetzt fragen, für ein gegebenes Entscheidungsproblem, eine gegebene Funktion, wie sieht da eine Turing-Maschine aus, die das beschreibt? Gibt es die überhaupt? Und vielleicht auch, wie effizient läuft die in manchen Fällen? Okay, das ist die eine Möglichkeit, aber das sind natürlich weiterhin nur Bool'sche Funktionen. Die andere Möglichkeit erhält man durch eine alternative Definition. Ich kann den Inhalt eines Bandes beim Halten der Turing-Maschine auch als Ausgabe interpretieren. In dem Fall brauche ich keine Endzustände. Also selbst wenn ich Bool'sche Funktionen berechne, könnte ich festlegen, dass meine Turing-Maschine, wenn sie akzeptiert, am Ende auf das Band schreiben sollte True. aus, wenn ich will, vier Buchstaben, ja, T, R, U, E, H oder wie auch immer, vielleicht auch nur die 1 oder sonst irgendetwas. Das ist völlig egal, denn diese Ausgaben kann man leicht mit einer Turing-Maschine in eine andere Ausgabe überführen, wenn man lieber eine andere hält. Aber jedenfalls könnte ich Bool'sche Funktionen so definieren, dann brauche ich keinen Endzustand, sondern es kommt lediglich darauf an, was steht gerade auf dem Band geschrieben, wenn die Turing-Maschine hält. Und wenn man das so definiert, dann kodieren Turing-Maschinen partielle Funktionen, die eine Eingabe erhalten über dem Eingabealphabet und eine Ausgabe produzieren über dem Bandalphabet. Das könnte wieder nur Eingabezeichen betreffen, es könnten aber auch andere Zeichen mit draufstehen, wenn das Ding hält. Die Funktion ist partiell, weil die Turing-Maschine ja nicht unbedingt anhalten muss und wenn sie unendlich läuft, dann ist natürlich mit dieser Definition die Ausgabe unspezifiziert. Also da haben wir dann keine Rückgabe. Aber über diese alternative Variante sehen Sie, dass man auch komplizierte Berechnungen, beliebige Berechnungen, die zum Beispiel eine Zahl, eine Eingabezahl, die in Binärkodierung gegeben wird, auf eine Ausgabezahl abbilden, die in Binärkodierung gegeben wird. Also auch mathematische Berechnungen oder andere Dinge könnten Sie damit durchführen. Jetzt sagen vielleicht einige, da gibt es doch noch viel mehr Dinge, die Computer tun, die berechnen doch nicht noch Funktionen. Ja, das stimmt natürlich, Sie zeigen zum Beispiel auch Videos, das kann eine Turing-Maschine nicht. Aber vieles von dem Verhalten, was unsere Computer sonst noch zeigen, sind entweder einfach nur eine Ausgabe-Modalitäten, dass zum Beispiel das, was berechnet wird, nicht als Zeichenkette erscheint, sondern als ein farbiges Bild interpretiert wird, was ausgegeben wird. Das ist also auch eine Funktion sicherlich. Oder, das ist natürlich auch ein relevanter Punkt, wir haben auch oft mit Programmen zu tun, die gar nicht terminieren sollen. Also wenn wir etwas ausrechnen wollen, dann freuen wir uns sicherlich, wenn nach kurzer Zeit der Computer fertig gerechnet hat und uns ein Ergebnis liefert. Andererseits ist unser Betriebssystem, was den Rechner hier gerade läuft, natürlich auch ein Programm und wir sind normalerweise nicht glücklich, wenn das Betriebssystem terminiert, egal mit welcher Ausgabe, sondern wir erwarten, dass es als reaktives System immer weiterläuft. Das ist eine leichte Abwandlung, aber in den Schritten, die das System ausführt, ist es innerlich trotzdem noch als Turing-Maschine auffassbar natürlich. Und auch während der endlosen Berechnung, die es idealerweise durchführen sollte, gibt es natürlich viele Funktionen, die ausgerechnet werden. Okay, also Sie sehen, mit etwas hin- und herdefinieren kommen wir dahin, dass wir schon fast alles oder alles, was Computer irgendwie machen, tatsächlich in diesem Modell auffassen können. Also daran soll es nicht scheitern. Die Frage ist natürlich immer noch, ob es tatsächlich stimmt, dass dieses einfache Modell alle Dinge, die Ihr Computer, mein Computer oder sonst irgendein Großrechner oder Quantencomputer oder was auch immer auf der Welt lösen können, dass es auch wirklich all diese Dinge bewältigen kann. Das ist bisher noch offen. Ich habe es bisher nur behauptet. Und das ist auch Gegenstand der bekannten Church-Turing-These, die ich schon erwähnt hatte, die sich letztlich auch mit der Frage beschäftigt, was es überhaupt heißt, dass irgendetwas berechnet werden kann. Also was bedeutet es denn, wenn wir von Berechnung sprechen, eben in der Informatik in irgendeiner Weise. Und das ist eine Frage, die kam ganz stark auf zu Beginn oder in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, als die Forscher, vor allem Leute aus der Mathematik damals, angefangen haben, die Frage zu stellen, was ist eigentlich mechanisch berechenbar? Ja, weil bis dahin hatte man so ein bisschen das Gefühl, ja, Mathematik, das ist eine Menge Intuition, das ist Gefühlssache. Und wenn man dann zu einer Lösung kommt, schreibt man sie auf und jeder andere begabte Mathematiker wird mehr oder weniger einverstanden sein, dass das eine Lösung für das Problem ist. Aber diese Art von Formalisierung von Berechnungsverfahren ist natürlich sehr vage. Also es gibt natürlich viele algorithmische Verfahren in der Mathematik, die schon seit längerem, seit über 100 Jahren bekannt sind, wie man ein bestimmtes Problem löst, wie ich zwei Zahlen addiere zum Beispiel etc. Aber all diese Verfahren waren für sich genommen spezielle Lösungsvorschriften, die für Menschen aufgeschrieben waren. Und man konnte schwer darüber reden, was allgemein es eigentlich bedeutet, so ein Verfahren zu haben. Und das fing eben, wie gesagt, erst vor etwa 100 Jahren, etwas später sogar erst an, die Leute wirklich stark zu interessieren. Und in dieser Zeit hat man dann versucht, Vorschläge zu machen, was eigentlich Berechenbarkeit bedeutet oder was wir unter berechenbar im mechanischen, automatisierbaren Sinne verstehen sollten. Zu einer Zeit, wo elektronische Computer noch kein Thema waren und mechanische Computer nicht genügend Leistung hatten, um sehr viele interessante Dinge zu tun. Dazu gab es ziemlich zeitnah eine Reihe von Antworten. Also Gödel und Erbron hatten sich mit allgemeinen rekursiven Funktionen beschäftigt. Dieser Ansatz ist sehr stark in der Mathematik verwurzelt. Wenn sie Berechenbarkeit aus Sicht der Mathematik definieren, fangen sie natürlich mit Funktionen an und versuchen eine allgemeine, einfache Funktionssprache zu entwickeln, mit der man Funktionen definieren kann. Und das war eben die Herangehensweise dort. Church hat das bekannte Lambda-Kalkül entworfen und Turing eben die Turing-Maschine, die er natürlich nicht so genannt hat. Das ist später in seinem Namen oder zu seinen Ehren erst umbenannt worden. In dem Paper heißt das Ding die A-Machine. Okay. Das waren also verschiedene Vorschläge dazu, was Berechnung eigentlich formal mathematisch bedeuten könnte. All die Leute haben gesagt, etwas ist dann mechanisch berechenbar, wenn man es in diesen entsprechenden Formalismen ausdrücken kann, beschreiben kann. Aber kurz darauf schon ist aufgefallen, dass obwohl alle drei Ansätze aus einer völlig unterschiedlichen Richtung an das Problem herangegangen sind, sie alle mit letztlich die gleichen Dinge beschreiben. Also das ist das Ergebnis von der Forschung von Kleini, oder was soll ich sagen, Kleini, Rosser, Church, Turing. Die drei Ansätze beschreiben die gleiche Klasse von Funktionen. Das heißt also, in all diesen Herangehensweisen, die gar nichts mit Automaten zu tun haben in diesem Fall übrigens, oder bis auf den, sehen wir letztlich die gleiche Mächtigkeit. Und das hat diese Beobachtung, die sehr überraschend war am Anfang, hat zu dieser bekannten Church-Turing-These geführt, die besagt, dass eine Funktion genau dann im intuitiven Sinne berechenbar ist, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die für jede mögliche Eingabe den Wert der Funktion auf das Band schreibt und anschließend hält. Also die intuitiv berechenbar zu dieser Zeit bedeutete natürlich vor allem intuitiv für Menschen, die Mathematik studieren und in dem Sinne in irgendeiner Weise als Verfahren beschreibbar für jemanden, der Mathematik vielleicht ausführt oder anderweitig Berechnungen braucht. Heute haben wir natürlich eine ganz andere Vorstellung davon, was intuitiv berechenbar ist. Wir denken eher daran, das ist das, was irgendeine Rechenmaschine leisten kann, ein Computer, ein Digitalrechner, ein Quantencomputer. Es gibt in dieser Form insofern zwei verschiedene Arten, diese These zu verstehen. Ich hatte schon erwähnt, es ist kein mathematischer Satz, man kann das nicht beweisen, weil dieser Begriff der intuitiven Berechenbarkeit natürlich keine mathematische Bedeutung hat. Man kann es in zwei Arten verstehen, was hier steht. Die eine Art ist, dass man sagt, das ist der Vorschlag einer mathematisch präzisen Definition von Berechenbarkeit. Es ist also nicht so, dass wir hier irgendetwas erkennen mit dieser Aussage oder dass wir irgendeine große Behauptung aufstellen. Es ist einfach so, dass wir sagen, wenn wir über Berechenbarkeit sprechen wollen in der Mathematik, dann müssen wir es irgendwie definieren und unsere Definition heißt Turing-Maschine. Das ist einfach nur eine Konvention, wie die Idee Berechenbarkeit am besten umgesetzt werden könnte, genauso wie viele andere Ideen, die wir aus unserer natürlichen Umwelt kennen, zum Beispiel natürliche Zahlen oder Mengen von Gegenständen in der Mathematik irgendwie formal umgesetzt werden, auch wenn damit natürlich Dinge auch beschrieben sind, die es vielleicht in der Natur so nicht gibt. Das ist die erste Lesart. Mit der lässt man sich auf wenig philosophische Diskussionen ein. Die kann man auf jeden Fall unterschreiben, da hat man keine Sorgen. Lesart 2 ist etwas umfassender. Die Lesart 2 ist, dass es hier ein Naturgesetz gibt, das letztlich die Möglichkeiten und Grenzen des Rechnens an sich beschreibt. Was Rechnen heißt, ist natürlich in dem Sinne weiter vage und unklar, aber diese zweite Lesart hat einige Berechtigungen, insbesondere die, dass wir auch nach Jahrzehnten der Erforschung von Rechenmaschinen und neuen Ideen für das Konstruieren von Rechenmaschinen und Algorithmen, die auf diesen ausgeführt werden, zu keinem Modell gekommen sind, zu keiner Art von Hardware gekommen sind, die in der Lage ist, mehr zu tun als das, was diese These eben subsumiert. Und es gibt einige Argumente dafür, dass das Universum an sich nichts anderes ausführen kann, als das, was eben eine Turing-Maschine auch kann. Also auch so kann man an diese Sache herangehen und zumindest in einem gewissen Rahmen und in dem Rahmen dessen, was wir als Menschen zurzeit technisch erreichen können, ist es auf jeden Fall offenbar zutreffend, diese Sicht. Und das ist an sich spannend, weil man natürlich auch dadurch sieht, wie die Informatik Aussagen machen kann, die doch relativ weit in die Physik oder in die Umwelt, in der wir leben, hineinreichen. Ja, also es geht hier nicht einfach um ein mathematisches Modell, sondern wir beschreiben die Grenzen aller Berechenbarkeit, die Grenzen allen Computerbaus, wenn Sie so wollen. Und das ist doch an sich schon spannend. Okay. Gut, so viel zur Church-Turing-These. Könnte man sicherlich viel mehr diskutieren. Aber ich denke, an der Stelle reicht es uns. Ich möchte abschließen mit der Erkenntnis, die Sie vielleicht schon früher hatten, nämlich, dass Computer kompliziert sind. Das Modell der Turing-Maschine ist ja an sich sehr einfach. Ja, ich habe die Turing-Maschine auf einer einzigen Folie definiert und auf einer zweiten habe ich Ihnen definiert, wann sie etwas akzeptiert und wann sie etwas verwirft. Aber dennoch, obwohl man das in so wenig, mit so wenigen Buchstaben und Wörtern erklären kann, ist das Verhalten von Turing-Maschinen alles andere als einfach. Das sieht man dann, wenn man sich einmal auf bestimmte Sonderfälle beschränkt. Natürlich können Sie sich denken, Turing-Maschinen an sich neigen dazu, sehr groß zu werden. Das ist ein bisschen so, als würde man einen Assembler programmieren. Man braucht unglaublich viele Übergänge, selbst für einfache Dinge und auch relativ viele Zustände. Also wenn Sie ein echtes Software-System in eine Turing-Maschine übersetzen würden, dann wäre das zwar möglich, aber es würde Millionen und Abermillionen von Zuständen benötigen. Oder zumindest ein riesiges Alphabet mit vielen Übergängen, wie auch immer, kann man vielleicht unterschiedlich lösen. Das scheint plausibel, das kennen wir, wir wissen, Software ist riesengroß. Betrachten wir aber mal eine ganz einfache Art von Turing-Maschinen, nämlich solche mit nur fünf Zuständen. Sie können sich denken, dass man damit nicht sehr viel machen kann. Fünf Zustände sind sehr beschränkt. Mehr noch, wir beschränken das Bandalphabet auf zwei Zeichen. Und zwar zwei insgesamt. Und Sie erinnern sich, wir brauchen immer das Blank. Also wenn ich sage zwei, dann heißt das, Sie haben nur ein Eingabezeichen oder ein Zeichen, was nicht Blank ist und dann noch Blank. Und das ist das Einzige, was dort stehen kann. Außerdem wollen wir uns auf Turing-Maschinen beschränken, bei denen die Eingabe leer ist. Also anfangs ist das Band einfach nur Blank. Nichts weiter. Das ist also eine extrem beschränkte Klasse. Man kann wahrscheinlich nichts Praktisches mit solchen Turing-Maschinen lösen. Und dennoch ist diese Klasse schon jenseits der Grenzen unseres aktuellen Verständnisses. Es gibt bereits für diese Art von Spielzeugbeispielen und das gibt natürlich nur endlich viele solcher Beispiele. Ja, können Sie leicht sich überlegen. Die Übergangsfunktion besteht ja darin, dass man bestimmte Paare auf bestimmte Triple abbildet und manche Paare auf nichts abbildet. Und mit diesen wenigen Zeichen und Zuständen kann es nur sehr wenige Übergänge geben. Also die Anzahl der Pfeile, die in dem Zustandsübergangsdiagramm vorkommen können, sind an sich schon extrem begrenzt. Und trotzdem ist es so, dass auch 80 Jahre nach der Einführung der Turing-Maschine wir diese einfache Art von Turing-Maschinen noch nicht verstehen. Es gibt Turing-Maschinen dieser Art, die bei Eingabe des leeren Wortes erst nach über 47 Millionen Übergängen anhalten. Aber anhalten. Also Sie stellen sich vor, diese Turing-Maschine aus fünf Zuständen schafft es irgendwie, fast 50 Millionen Schritte durchzuführen auf nichts. Und dann am Ende trotzdem noch anzuhalten. Also ich meine, eine Turing-Maschine, die einfach immer weiterläuft, ist leicht geschrieben, auch mit weniger Zuständen. Aber eine, die so lange läuft und dann stoppt, ist überraschend. Es ist aber nicht mal bekannt, ob das die längst laufende Turing-Maschine ist, die überhaupt noch anhält, dieser Größe, sondern es gibt immer noch eine Handvoll, ungefähr zehn und vielleicht ein bisschen mehr, Turing-Maschinen dieser Art, von denen wir bis heute nicht wissen, ob sie, wenn man sie auf dem leeren Wort laufen lässt, jemals anhalten oder nicht. Also das heißt, es gibt Turing-Maschinen mit fünf Zuständen, bei denen wir nicht wissen, ob sie stoppen oder nicht. Man hat sie natürlich simuliert, bis hin zu Milliarden und aber Milliarden von Zuständen, aber, oder von Konfigurationsschritten. Aber sie haben bis dahin kein endliches Verhalten gezeigt. Sie haben aber auch keine Wiederholungen gezeigt. Also das heißt, diese Turing-Maschinen mit fünf Zuständen, bei denen man nicht sicher ist, ob sie jemals halten, haben die besondere Eigenschaft, dass sie nicht einfach nur immer das Gleiche tun. Sie haben ein sehr irreguläres Verhalten und es ändert sich ständig, was auf dem Band steht und man kann kein Muster erkennen. Man kann nicht einfach sagen, ja gut, aller zehn Millionen Zustände kommt wieder die gleiche Art von wiederholter Konfiguration und dann sieht man schon, dass das ewig so weitergehen wird, sondern das ist auch nicht eingetreten. Also so kompliziert ist Berechnung und so kompliziert ist die Informatik und zeigt uns auch, dass wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre im Job haben werden. Ja, also das wird nicht so einfach automatisiert werden, was Computer tun. Da gibt es viel zu viele schwierige und tiefe Probleme, selbst bei solchen kleinen Dingen. Okay, gut. Das ist alles für dieses Video. Wir haben gelernt, wie Konfigurationen und Läufe definiert sind. Ich habe erklärt, was Entscheider sind und was es bedeutet, eine Sprache zu erkennen. und wir haben noch mal über die Church-Touring-These gesprochen und zuletzt über Busy Beaver, so nehme ich der Name für diese Art von Turing-Maschinen, die lange laufen und dann doch anhalten. Als nächstes möchte ich noch im folgenden Video kurz über verschiedene Varianten von Turing-Maschinen reden und andere Ideen besprechen, wie man sie noch definieren kann und dann natürlich auch so etwas wie Nicht-Determinismus mal besprechen. Aber dazu später. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.